Willkommen in diesem Kracher Ford Focus ST Turnier mit Navigationssystem. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses ST ist Charge of 1,05 Euro und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigen CO-Ausstoß fährt die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar. Die Karosserie wirkt sportlich muskulös und ist dennoch sehr groß. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den grauen 18 Zoll Alufelgen gibt es noch rot lackierte Bremssättel. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Mit Lederstoffbezug und Seitensitzheizung bieten viel Seitenhalt. Fußmatten und Einstiegsleisten gibt es bei uns dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen Airbags, AWS und ESP. Ebenso die heizbare Frontscheibe und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sichert bestes Wohlfühlen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Muskulös, sportlich und dynamisch. Mit diesem SD werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Europaweit. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Kommen Sie doch mal rein und schauen Sie sich den Wagen an. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Auf Wagen. Auf Wagen. Auf Wagen. Auf Wagen. Auf Wagen. Auf Wagen. Auf Wagen.